Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht meine Fullface mit den Buchstabenreihe weiter und zwar geht es um den Buchstaben L. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. L wie lovely Make-up, lauer Sommerabend, irgendwie so. Ich starte mit dem Primer von Dr. Pierre Rico, Base Visage Lisson Perfectrice Primer Smoothing and Perfectioning und den trage ich mir einfach mit meinen Fingern auf. Der ist wie eine Creme, aber wenn du ihn in deinem Gesicht verteilst, wird er als würde er eine Samtschicht über dein Gesicht legen, total schön und der riecht wirklich angenehm. Sehr dezent, einfach nach einer ganz dezenten Creme. Achso, und eine Verlosung wird es natürlich auch noch geben, ne? Ist klar. Primest du eigentlich auch deinen Hals? Ich meine, man wird ja auch Foundation darauf verteilen und dann denke ich mir, warum eigentlich nicht? Ist ja auch irgendwie pflegend und so und eine schöne Creme. Dann kann man doch auch seinen Hals prime. Ja, ne? Greife ich immer wieder gerne zu. Und natürlich, alle Produkte sind in der Infobox verlinkt. So, ja, als Foundation verwende ich von Love die Even Alexia Serum Foundation mit Lichtschutzfaktor 20 ist die. Und das ist die Farbe 035 Sand Perfect. Die ist sehr flüssig, deswegen muss man die auf jeden Fall vorher kräftig schütteln. Die Foundation kommt in einer Pipette. Da muss man oben drauf drücken. Produkt aufnehmen. Produkt in der Pipette haben. Und auf dem Gesicht verteilen. Dann verteile ich das erstmal mit meinen Fingern. Und ich sehe hier einen krassen Übergang. Also ich glaube, die ist zu dunkel. Mist! Denn sie ist wundervoll. Mit einem Luvia-Schwämmchen blende ich das Ganze ein. Die Deckkraft ist sehr, sehr leicht. Aber dadurch, dass es halt echt nicht meine Farbe ist, wirkt die auf meinem Gesicht ziemlich fleckig, finde ich. Und das ist sehr schade. Also auch das eine Foundation, die mich verlassen wird. Die ich aber eigentlich in einer anderen Farbe nachkaufen müsste, weil ich die toll finde. Aber wenn ich jetzt auch so über meine Haut fahre, es fühlt sich wundervoll an. Es ist wie eine zweite Haut und es sieht auch toll aus. Das ist aber nicht meine Farbe. Als Concealer verwende ich von Maybelline den Löscher Instant Anti-Age Multi-Use Concealer in der Farbe 03 Fair. Das Puffelding fühlt sich übrigens super schön weich an. Oh ja, die Farbe kann was. Das passt, das passt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie zu rosa aussehen könnte. Und dann blende ich den einfach mit dem Schwämmchen ein. Oh ja, das hat ganz schnell funktioniert, ne? Die lässt sich auch garantiert aufbauen. Also ich mache das hier auch ein bisschen nach unten. Aber wie du siehst, ich verwende nicht ultra viel Concealer. So vermeidest du halt auch einfach, dass es creased. Beziehungsweise, dass es halt in die Fältchen rutscht. Ja, ne? Das ging schnell und finde ich vom Ergebnis her echt schön. Klasse. Ich benutze den jetzt auch so ein bisschen, um meine Foundation einfach so ein bisschen aufzuhellen. An manchen Punkten. Also im Prinzip überall. Damit das halbwegs vertretbar aussieht. Aber ich mache das nur ganz leicht drüber und verblende das dann weiter. Damit ich halt jetzt nicht zu viel Deckkraft oder so im Gesicht habe. Weil das will ich ja nicht. Das mag ich nicht. Splendis Ebonier-Room. Waldmeister-Vanille. Lecker. Heute versuchen wir uns mal wieder an Creme Contour. Creme Contouring. Und zwar von Larizzi habe ich ja aus dem Trash-Paket diesen Contour-Stick. Der ist sehr braun. In der Farbe Aloha. Ja, und irgendwie konturieren muss man ja, indem man das so vom Ohr zieht. Symmetrie ist was anderes. Egal. Dann setzt man hier in der Kontur. Und hier. Nase. Ist auch schon wieder schräg geworden, ne? Ich habe es einfach drauf. Geht so. Keine Ahnung. Ich glaube, hier muss auch noch konturiert werden. Wie macht man Contouring? Ich bin da nicht so der Held drin, ne? Dann habe ich gehört, dass es hier ganz gut ist. Und hier. Um die Lippen voll lavierten zu lassen. Joa. So würde ich das jetzt erst mal verblenden. Wir gucken mal. So. Dafür verwende ich hier aus dem Mrs. Bella Pinsel-Set ein Pinsel. Besser, als ich gedacht hätte. Die Nase sieht dann immer so dunkel aus. Aber na. Ich mache es wahrscheinlich auch falsch. Aber, ne? Ich bin kein Kontur-Pro. Also in dem Mund sieht das jetzt einfach nur aus, als hätte ich Schokolade gegessen. Meine Nase ist sehr betont. Aber ansonsten würde ich sagen, dafür, dass ich das echt sehr, sehr, sehr selten mache. Sieht halt nicht so verkehrt aus, ne? Meine Augenlider werde ich jetzt prime. Auch von Dr. Pierre Rico. Base Popier Lisson Smoothing Eyelid Primer. Auf Französisch ist es mit L. Einfach eine kleine Menge auf das Auge und mit dem Finger eintupfen. Der hat auch eine ganz leichte Deckkraft. Das heißt, meine Äderchen werden auch minimal mit überdeckt. Das finde ich ganz praktisch. Um mein komplettes Gesicht zu setten, benutze ich von Colors, also von L.A. Health & Beauty, das Loose Powder. Und das hat keine Farbe. Das ist einfach hier ein großer, pottloses Puder. Das kann man sich entweder mit der beigelegten Puderquaste aufgeben oder halt in den Deckel machen und dann aufgeben. Und ich mache das mir halt lieber in den Deckel und verteile das dann in meinem Gesicht. Das ist ein sehr feines Puder. Und damit sette ich erstmal hier unter meinen Augen den Concealer. Ich sette damit tatsächlich auch die Lidschatten Base, weil ich in der Palette, die ich gleich benutzen werde, kein Settington drin habe. Auch das wieder eine komplett schimmernde Palette. So, und wenn ich die feinen Partien gesettet habe mit diesem dezenten Setting Brush von Real Techniques, nehme ich hier aus dem BH Cosmetics Rose Quartzet einfach meinen Puderpinsel und pudere mein komplettes Gesicht ab. Das Puder hat auch eine leichte Farbe, sodass quasi die etwas zu dunkle Foundation ausgeglichen wird und alles irgendwie so ein bisschen angeglichen wird. Ja, also mein Gesicht sieht jetzt wirklich sehr mattiert aus, sehr abgepudert und fixiert und fühlt sich jetzt auch, ja, jetzt nicht ultra weich an. Also man spürt die Foundation und alle cremigen Texturen noch durch, ne. Also so ultra ist, finde ich persönlich, dieses Puder nicht, muss ich gestehen. Ich muss noch überlegen, ob ich das behalten möchte oder ob ich das weitergebe. Ich glaube, es geht weiter. Ich versuche mir jetzt mal meine Augenbrauen zu machen. Ich versuche, weil das ein neues Produkt ist. Von Physicians Formula. Brow Last Long Wearing Brow Gel. Und, ähm, ja, das soll kräftigen. Das ist die Farbe Hellbraun, war das, glaube ich. Ne? Das war in meiner Physicians, Light Brown, genau, in der Physicians Formula Box von Rossmann mit drin. Und da hast du einmal hier oben, ähm, das Bürstchen. Wie kriege ich das raus? Weiß ich nicht. So, ja, das ergibt Sinn. Ähm, womit man die Augenbrauen durchkämmen kann. Und wenn man das hier unten aufdreht, hast du hier einen Applikator, womit man das Produkt auftragen kann. Aber dieser Applikator ist mir zu dick. Ich nehme einfach das Produkt, was auf diesem Pinselchen ist, und streife es hier mit einem Augenbrauenpinsel von Essence ab, um es aufzutragen. Und dann mit dem Bürstchen auszubürsten. Ich finde, dass diese Handhabe, dass du quasi nur hier quasi festhalten kannst, sehr, äh, umständlich. Gerade für mich, die sowas nicht täglich benutzt. Ich bin ja eher der Augenbrauenstift-Mensch. Ich verwende den Spiegel von der lieben Jana. Ich liebe diesen Spiegel. Und, ähm, trage mir jetzt erstmal das Augenbrauen-Gel vorsichtig auf meinen Augenbrauen auf. Dafür mache ich hier aber noch die Kappe drauf. Wenn das funktioniert, mal gucken. Ah, ich hab so Angst, dass ich es jetzt versau. Also die Farbe passt auf jeden Fall. Ist schon arg dunkel, ne? Aber ich versuche es jetzt mal mit diesem Bürstchen hier auszubürsten, was gar nicht so einfach ist. Da muss man das wieder zumachen. Weil ansonsten, du hast halt einfach keinen Griff, ne? Das ist ein bisschen umständlich. Also die Farbe passt wirklich großartig toll, ne? Aber ich finde es sehr, sehr umständlich. Also ich denke, dass ich das noch ein paar Mal benutzen werde. Ähm, weil ich muss ja auch die Übung da reinkriegen. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ich nehme mir einfach so ein Bürstchen. Ja, warum eigentlich nicht? Warum habe ich eigentlich dieses hier genommen? Da habe ich sowohl Augenbrauenstift als auch dieses Bürstchen dran. Das ist von Catrice 1. Und damit kann ich das doch garantiert viel einfacher machen. So mache ich das jetzt auch, Leute. Genau. Und dann kann ich hier nämlich mit der Seite das Produkt einfach hier abstreifen. Das ist halt wie, wenn ich ein Augenbrauengel aus dem Pöttchen verwende. Auftragen und dann mit dem gleichen Werkzeug verblenden. Das ist besser. Ja, und damit funktioniert das auch viel, viel sanfter. Da kann ich, weil der Pinsel ist auch nicht so fest gebunden. Kann ich besser mitarbeiten. Also das Ergebnis gefällt mir. Das ist ja fast schon natürlich, ne? Und das finde ich nice. Also die Farbe passt. Und wenn man das mit diesem Tool aufträgt, wo ich halt beides dran habe, geht es deutlich einfacher. Also das, was hier dran ist, das kannst du vergessen. Das kannst du knicken. Aber das Produkt an sich finde ich ganz nice. Ich mache jetzt erstmal mein Gesicht zu Ende. Und zwar benutze ich jetzt Blush, Bronzer und Highlighter. Als Blush verwende ich den Love Sun Blurring Bronzing Powder Blush. Der hat sogar einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Und das ist die Farbe 010 Sensual Caramel. Sündliche Karamelle. Und der Blush hat halt hier so eine schöne Blume eingraviert und einen Spiegel mit dabei. Das ist wirklich praktisch. Dann nehme ich den gleichen Pinsel wie eben, ohne Hundehaar am besten, um, also womit ich denn, ähm, das Puder aufgetragen habe. Und trage den Blush auf. Den Bronzer. Das ist ein Blush. Bronzer, 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 Bronzer. Was redet die Frau? Man weiß es nicht. Mein Freund kocht gerade lecker, lecker. Ja, Bifteki mit Pommes. No. Der Bronzer gefällt mir. Und ja, bleibt selbstverständlich. Den habe ich ja auch schon eine Weile und ich mag ihn. Als Blush verwende ich von L'Oreal den Melondollar Baby Blush in der Farbe, äh, Melondollar Baby ist, glaube ich, da wirklich die Farbe, oder? Light? Hast du eine Farbe? Nee. Ich glaube, der hat keine Farbe. Den nehme ich auf jeden Fall. Der riecht auch ein bisschen nach Melone, aber nur ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Hat auch Melonen eingraviert, eingestanzt, wie auch immer. Und da gehe ich mit meinem Luvia-Pinsel aus dem mega geilen Prime Wagon Set rein. Also, ne? Und trage ihn mir auf. Der ist sehr dezent, hat aber einen zarten Glow. Und der lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Ne? Das sieht auf jeden Fall schön und frisch aus. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der dezenteste Blush, den ich jetzt besitzen möchte. Ich möchte nichts, was dezenter als der hier ist. Der hat eine schöne Frische. Das ist ein schöner Alltagsblush, den du auch to go schön tragen kannst, den du aber gegebenenfalls auch zu sowas aufbauen kannst. Und der mir einfach gut gefällt. No, jetzt haben wir gerade lecker, lecker gegessen. Sehr gut. Ja, Highlighter mache ich mir jetzt auch schon drauf. Komm, was soll der Falschkeits? Da habe ich hier die Luminize Highlight & Bronze Glow Palette von Catrice in der Farbe 020 Feel Gold. Das sind diese drei wundervollen Töne, wovon der hier mir etwas zu dunkel ist. Ich persönlich mag diesen Ton eigentlich am liebsten. Der ist nämlich etwas schimmernder als dieser hier. Das ist ein ganz, ganz feiner Ton und das hier ist ein etwas krasserer Ton. Und den krasseren Ton gebe ich mir doch einfach mal auf. Ich finde den schön. Das hat einen sehr schönen Champagner-Ton und der verleiht einfach einen schönen Glow, ne? Meine Wangen kriegen auch ein bisschen Glow. Meine Nasenspitze. Mein Nasenrücken. Zwischen meinen Augenbrauen setze ich auch ein bisschen Highlighter auf. Ach, ich highlighte mich immer sehr. Mein Lippenherz. Und auch da drunter. Und das Kinn. Im Prinzip Full-Face-Glow für Claudi, weil, ne, das Rouge ist ja auch schon so ein bisschen am scheinen, dann habe ich die Nase, die Lippen, die Kinn, da, 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 überall. Und jetzt kommt noch was auf die Augen. Ja, was auf die Augen. Da habe ich von BH Cosmetics die Aurora Lights Palette. Das ist diese hier. Die habe ich euch auch noch nie in einem Video, glaube ich, gezeigt. Jedenfalls nicht auf dem Auge. Ja, hat diese wundervollen Töne. Und ja, wir schauen mal. Alles Schimmertöne. Meine Augen sind ja bereits gesettet mit dem Puder von eben. Da drunter ist ja der Primer. Und joa. Ganz mutig starte ich hier mit der Farbe Gleaming. Und gebe sie mir außen tatsächlich in mein äußeres V. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich Fallout bekomme gerade. Wir schaffen das schon. Ja, es krümmelt auch schon. Zieht mir die auch ein bisschen hier. Ein bisschen ist gut. In die Lidfalte bei Schlupflidern, gerade in den Spiegel schauen. Und dann über die Wimpern gehen tatsächlich. Du spürst ja die Wimpern am Pinsel. Und dann hier den Ton ansetzen. Und der schimmert echt schön lila-blau. Boah. Direkt daneben setze ich mir die Farbe Polar. Nass wäre es wahrscheinlich deutlich einfacher, die Farben aufzutragen. Aber einfach kann ja jeder. Wenn man sie aber trocken aufträgt, lassen sie sich auch schön miteinander verbinden. Auch wenn du halt immer wieder in das Pfändchen reingehen musst und vorsichtig Pigment aufnimmst und es dann quasi wieder auf das Auge gibst. Die Farbe Australis kommt jetzt auch neben Polaris. Und so schaffe ich einen schönen Farbverlauf, einen schönen Regenbogen auf meinem Auge. Und in den inneren Part meines bewirklichen Lides packe ich die Farbe Sparkling. Und als ich die Palette gesehen habe, habe ich direkt an diesen Look gedacht. Das ist echt so eine richtige Rainbow-Palette, wo du dir einfach einen Regenbogen auf die Augen machen kannst, ne? Ach, ich finde es schön. Das ist jetzt kein Look, mit dem man einfach so mal im Alltag rumläuft. Ich werde es heute tun. Freaky, ne? Also ich werde damit tatsächlich auch gleich zu meiner Schwägerin fahren. Aber, naja, warum nicht? Ombre verwende ich als Inner Corner Highlight und als Augenbrauen Highlight. Und alles mit demselben Pinsel. Das ist dieser Essence Smudger-Pinsel, den ich mal irgendwo je in der LE oder so drin hatte. Mal gucken, ob ich das hinkriege, da mal ein schönes Instagram-Bild von zu machen. Weil das wäre halt ein richtiger Insta-Stylen, oder? Also das hier ist definitiv keine Palette, die man so als Alltagspalette in irgendeiner Art und Weise bezeichnen könnte. Das ist eine richtige Palette. Also wenn du einfach Lust auf Make-up hast und ein bisschen künstlerisch aktiv werden möchtest, kannst du die verwenden. Ich verblende das übrigens jetzt hier auch mit dem Lila ein bisschen, ne? Aber es ist nichts für den Alltag. So gar nicht, ne? Also sei denn, du möchtest da wirklich vereinzelt irgendwelche Töne von verwenden. Dann kann man das machen, so um entsprechende Highlights zu setzen. Aber nicht für den Alltag. Oh, das ist schön. Magnetic, das ist dieses Dunkelblau, verwende ich am äußeren, unteren Wimpernkranz. Aber nur ganz vorsichtig. Und den blende ich halt auch so ein bisschen nach oben hin aus. Ich habe die Palette echt schon eine ganze Weile. Aber ich muss gestehen, dass ich mich nie getraut habe, sie zu verwenden. Weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Ich hatte diesen Look im Kopf. Aber ich habe mir gedacht, ne. Wenn ich das versuche, das wird furchtbar aussehen. Aber so gefällt mir das richtig gut. Boah. Das ist richtig cool. Ja. Und die Farbe Kaleidoscope, das ist so ein schönes Peach, gebe ich mir an meinen inneren unteren Wimpernkranz. Sieht Peach im Fändchen aus, aber wenn ich ihn auftrage, wird er pink. Hm. So, es schwirren hier überall so ein paar etwas gröbere Glitzerpartikel rum. Die mache ich jetzt hier mit diesem fluffigen Highlighterpinsel einfach mal weg. Damit du halt nicht diesen groben Glitzer überall im Gesicht hast, sondern nur da, wo er hingehört, auf den Augen. Ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie aus einer anderen Welt. Das finde ich richtig cool. Wahnsinn. Ja, ich muss gestehen, dass mir das ultra krass gefällt. Boah, finde ich das schön. Also, geile Palette, Leute, wenn ihr wirklich mal Bock auf Kappelm auf euren Augen habt. Jetzt können wir alles mal in meinem Gesicht sobald fixieren, damit es auch bitte an Ort und Stelle bleibt. Da habe ich hier von Manhattan das Insta Prime & Set Locks-In Make-Up Quick-Dry Oil-Free Primer & Setting Spray. Eyeliner. Da habe ich von Essence den Extra Long Lasting Eyeliner Pen. Ich glaube, der kommt auch aus irgendeiner Limited Edition, weil der halt so Punkte mit drauf hat. Und das ist selbstverständlich mal wieder ein Filz-Eyeliner. Wie sollte es auch anders bei mir sein? Weil ich liebe Filz-Eyeliner. Ja, ich habe mir gedacht, zu dem Look kann man sich auch ein bisschen einen etwas intensiveren Eyeliner ziehen. Ist nicht ganz symmetrisch geworden, wie das so oft der Fall ist. Als Mascara habe ich von L'Oreal, die Unlimited Mascara. Die hatte ich auch in einem Trash-Paket und die darf heute mal zeigen, was sie kann. Das ist ein kegelförmiges Gummibürstchen und ja, man kann die wohl irgendwie hier so abknicken, um dann besser arbeiten zu können. Da gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich finde es übrigens ultra cool, dass es aussieht wie so ein richtig schönes Retro-Tintenfässchen, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow, die Mascara kann was. Unsere Hunde eskalieren gerade ein bisschen. Alles gut. Wow, wow. Die ist mega schön. Echt. Gefällt mir. Zu so einem krassen Augenlook würde jetzt eigentlich ein ganz dezenter Lippenstift passen. Und den mache ich mir auch drauf. Da habe ich hier von Becca den Liquid Crystal Lip Topper Glow Gloss, ne? Den mache ich mir jetzt drüber. Aber ich hatte erst überlegt, mir hier von MAC den Lip Tensity Lipstick in der Farbe Double Fudge drauf zu machen. Das wäre aber schon ziemlich krass geworden, ne? Deswegen nehme ich jetzt hier von Becca diesen Lip Gloss Lip Topper und mache ihn mir einfach Mono drauf. Klar, er ist auch glowy, aber er ist dezent und passt dann doch etwas mehr zum Look, finde ich, ne? So, ich nehme den Haarreifen schon mal ab. Denn jetzt kommt noch ein Parfüm und zwar von Lancôme, das La Vieille Belle. Das passt jetzt auch ganz schön. Es ist ja alles sehr... Das Leben ist schön. Alles ist bunt und alles ist nice in der Welt. Und das mache ich mir doch einfach mal drauf. Und das ist jetzt der fertige Look und ich finde es ziemlich geil. Also, ne? Ich finde, das ist einfach mal was anderes. Jetzt zeige ich dir nochmal eben, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar ist das einmal von Essence Prime & Last diese Bubble Maske. Von Luxi ein Highlighter Pinsel. Von Catrice der Light Correcting Serum Primer. Von Logona in der Farbe Urban Taupe ein Nagellack. Ich wollte gerade Lippenlack sagen. Nein. Lippen haben wir hier. Von Clinique in der Farbe Love Pop ein Lippenstift. Lash on Lash off magnetische Wimpern von Essence. Von L'Oreal das Glow Sheree in der Farbe Medium. Lashes to Kill Pro Mascara von Catrice. Von Love the Glacious Eyeshadow. Das ist ein Liquid Eyeshadow. Und von Catrice ein Long Lasting Lip Pencil in der Farbe Sweet Aubergine. Was du dafür tun musst, um dieses wunderschöne L-Set zu gewinnen, steht unten in der Infobox drin. Ihr Lieben, das ist jetzt das Video gewesen. Und ja, ich habe mich an den Look auch echt schon gewohnt. Also, damit kann ich definitiv rausgehen. Das wird witzig gleich. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine ganzen Stylin Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!